Was Sie als Landesrat wie beurteilen? Es ist ein tolles Ergebnis und ich würde sagen, ich meine, es ist das Beste in der Geschichte der FPÖ Niederösterreich. Natürlich freue ich mich, weil ich ja in den letzten fünf Jahren auch als Regierungsmitglied meinen Teil dazu beigetragen habe. So wie jeder, wie jeder Abgeordnete, wie jeder Gemeinderat, wie jeder Funktionär, weil wir am richtigen Weg waren und am richtigen Weg sind. Politik für unsere Bürger. Schauen, wo ist ein Problem, wo drückt es den Wähler tatsächlich und das müssen wir dann tatsächlich auch machen und das haben wir getan. Eine kurze Frage, was haben Sie denn besser gemacht als die Landeshauptfrau bzw. die FPÖ Niederösterreich? Wir haben, ich will nicht sagen, wir haben was besser gemacht, wir haben Politik für die Bürger gemacht. Das heißt, wir haben bei jeder Entscheidung und das habe ich im Gemeinderat schon gelernt, jede Entscheidung, die du triffst, sollte abhängig davon sein, ist gut oder schlecht für die Leute und das haben wir gemacht.